So, wir versuchen dann irgendwie Wildschwein zu finden. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es vielleicht kein Wildschwein spohlt, weil ich schon drei Fleisch im Sack habe. Aber wir können trotzdem mal versuchen am Fallen aufzustehen. So, Gisbleuten. So, Tab. Nein, ich muss lieber so. Wir wollen es nicht normal verziehen. Also, innen und her. Sie sehen hier. Ah, eigentlich haben wir schon angehendet. Die müssten im Fall da unten sein. Ah, keine Ahnung. Also für mich jetzt kein Wildschwein. Das ist ein 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 Wildschwein. Das ist das Wildschwein. Wenn sie hier wäre, würde die ganze Räume schlafen. Ich muss jetzt gehen, hier ist nicht sicher. Warte! Ernie, Frau? Von den Räumen Favoni? Wer denkst du? Amber. Amber. Siegam. Ah, das heißt, ich sehe gar nicht so. Frage, Amber. Oh, nein. Nice. Ah, das ist Nummer 14. Ah, das ist Nummer 14. Ah, das ist Nummer 14. Ah, das ist Nummer 15. Ah. Ja, ich kann mir von außen nicht, wenn es so schön ist. Alter, ähm, wir wollen eine Partie ablassen. Ist das ein Fogel? Ach, das ist ja. Zöpfe. Kartoffelpuffer. Das haben wir nicht mal bekommen. Erlernen. Wir haben ja alles. Was ist das? Konfitüre. Mäse. Und dann zuzapfen. Das ist glaube ich recht viel. Konne. Ja. 800 bis 200. Nice, nice. Ja, wir werden noch etwas mehr Konfitüre. Zucker. Okay. Zah. Okay. Okay. Perfetto. Ich habe noch einen Bonus, dass ich etwas kann. Fisch. 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 Ähm. Fisch. Ich glaube wieder bei Labidin haben wir noch Führung. Und dann können wir mit dem Steak machen. Wir haben glaube gar nichts anderes, wo wir das Fleischgeruss verwenden können. Ja. Also würden wir hier auf Wiederherstellen gehen. Das ist kritisch. Ah. Schlagkräfte. Eins. Okay. Da fehlt sie. Wann? Ja. Jetzt sehe ich es nicht. Okay. Ich kann ja eigentlich nie zu wenig Belebenden haben. Im Notfall kann man sich einfach so auf Bord wieder Belebenden feststellen. Aber es funktioniert besser. Aber es funktioniert besser. Ja. Nice. Ah verdammt. Die haben ja noch ein bisschen. Zit mir die natürlich nachher, Männer. Ich bin der Pondstad, willkommen zu dir. Hallo Paimon, hallo Traveller, was kann ich für dich machen? Hallo Amber! Amber, du kennst dich einen Wolfen von Wolfen? Wer? Er hat gesagt, dass du dich auf einen Bergstuhl hast. Was auf der Erde bist du? Er hat gesagt, dass du dich auf dem Weg wettest. Hast du deine Erinnerung oder was hast du? Meine Erinnerung ist gut, aber du hast du den Magik Matsutake wieder zu essen, nicht du Paimon? Ich bin der Pondstad. Ich habe keine Ahnung, was du zu sagen. Magik Matsutake? Hm, remind mich welcher sie sind. Purple. Ich bin der Pondstad. 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 Ich habe gehört, dass sie eine Kartfläche in der Drunkard Gorge attacken. Wenn du Zeit hast, kannst du die Situation mit mir anschauen? Also, ich bin der Pondstad. Ich wäre sicher, ob ich auf dich зависite. Ok. Seife? Schlucht. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich bin der Pondstad. Ich bin der Pondstad. Ich bin der Pondstad. Ich bin der Pondstad. Okay. Oh, it's a hurry. The mate is here. Look up ahead. Something's happening. Oh, there would be a bit of a threat. Let's go. Come on, let's go with the Barbara. With the white Barbara. Let's go. Hey, did you kill me? Don't push your luck. Hey, damn. I hate you. That's really bad. That's really bad. That's really bad. Let's go. Yeah, ink. To be honest, I'm gonna shoot my camera up. I'm gonna shoot. I'm gonna shoot my camera up. Ich werde uns beschützen. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch. I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. I never thought the Hilly Charles would show up too. We should head there soon and see how bad the situation is. But first things first, you should assess the damage to your cart. I'll take a look. Oh dear. This is awful. Poor Le- That's terrible. Except he's not a- Right. It's awful. The wolves frighten him so bad. That really is awful. Do you remember any significant details of- I- I've never seen a wolf in my life before today. No details then, huh? Let's investigate the area again. Spoo. Spoo then. Hmm. Hmm. There are still rocks. Really. Really. There are still rocks. There are still rocks. From them. We can tell the numbers. And this time. There were. Ehm. Yes. Yes. They must be. At least. Two meters high. Hey. Wolves are mysterious creatures. It's not like you see them. There are still rocks. A little bit further. A little bit further. If we are already here then can we go and see them. If we are already here then can we go and see them. No. How do I help? Oh come I better Ich habe einen Hubschrauber in der Mitte. So it's the trick floor, okay? Ah, die Serie ist zurückgekehrt. Ist ja letztes Mal der alte Mann gestanden. Geist oder so. Und auch davon gesprochen. Jetzt weiss ich etwas. Ah, das ist in dem Fall noch nicht vollständig. Und wie man es für vollständigen kann. Mit dem auf der anderen Seite. Das ist in dem Fall. Okay, now then. Sleep, I didn't eat. Ah! Also ich hatte einfach an der Sie, dass jetzt so ein Fett zurückkehrt oder so, aber Sieben, Sieben, Sieben. Ok, das hätte ich nicht geholfen. Oh, da ist noch ein Abdrück. Abdrück mit Zahn. Hm. Hm. Jetzt. Ist das lecker. Ist jetzt süß. Hm. 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 Ah, das ist das hier. Hm. 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 Was ist das? Ja, ich kann auch schon wieder ein Mensch sein, wenn ich es nicht so gut zu fragen. Ich hoffe, dass du einen Augenblick auf siehst. Stopp sie von in die Probleme. Es ist kein Probleme. Das ist das, was wir hier für. Even wenn der Mann wirklich nicht so gut ist, was ich habe. Ich habe es gut zu spielen. 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 Das ist das Meme zu meinen, das ist das Meme. Mach es gut. Ich habe es gut zu spielen. Ich habe es gut zu spielen. Ich habe es gut zu spielen. Ja, ja, ja. Okay. Gut, gut. Auf geht es. Wir werden auch den Ampere per Zufall dort antreffen. Nichts doch nicht. So weit! Auf und auf oben... Okay. Das ist so geil, das ist Oh, so sorry. Und habsen, habsen, so. Ich werde die Show beginnen. Ja. 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 Ich habe hier dran. Ich finde, er ist eingefallen. Ich habe das hier in Ordnung. Ich liebe die Rekonstruktion. Okay. Was ist das? Ich kann das so kombinieren, ich glaube es stuft sich hoch und vielleicht dann könnte ich am Schluss das machen Ich kann das so gut, ich kann das so gut Ich kann das so gut Ich kann das so gut Okay. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Marsha 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ne, das ist schön zu reichen, ja, bis auf zu lassen. Ah, umgekehrt ja. Ach, weil wir alles. Wer ist da? Schau mal, Razor, nur wir. Du bist auch ein Nacht? Also, du kennst dich noch nicht? Nein, diese Frau ist auch ein Nacht. Das beginnt zu verstehen. Ist das die Wolf-Büse, die du sprachst? Genau, sein Name ist Razor. Hilf mir aus. Mit... was? Keine Zeit. Ich schreibe Lupa-Kal. Die Leute kommen. Die Leute. Die Leute. Die Leute von früher? Ich verstehe. Aber erst habe ich einige Fragen. Ich rieche Blut. Quick! Blut. Ich hoffe, die Wolfe nicht attacken. Was ist am Auflösen? Das ist so wunderbar. Das ist so ein Wolf. Mein Schrank? Ich schreibe. Das war jetzt. Die Wolfe? Das ist ein Blut. Nicht Blut. hey wait this is your chance to prove you're innocent he's already gone hat er was sagt er das süchtere sind wir noch gekledert so ein los äh eh aber sind so wir werden dann Let's dance! Ah, hollis sake. Hold some, Lamerana, sonne, Peti. So. Das ist er. Wir finden seine Blut. Wie schrecklich! Ich glaube, dass es schrecklich ist, aber... Wir haben nicht die Kirche attackiert. Nicht uns! Ein Black Wolf in seinem Pack. Nicht von hier. Whose Code? Guardian dieser Land. Das ist jetzt die zweite Mal, dass du das abgeholt hast. Ich nehme Lupakol weiter. Follow mich. Vielleicht du siehst. Ah, da sind wir schon mal durchgelaufen mit dem Tipp, wo wir da... Ah, fuck, du nicht. Multiplayer gemacht haben. Es sieht nicht schön aus. Es sieht nicht gut aus. Das sind so großartig. Das sind so großartig. Das sind so großartig. Das sind so großartig. Das ist wahr. Die Blut haben eine Lügelung, die nicht nur funktioniert als milde... Ich habe das in einem Buch. Was? Ich habe keine Ahnung. Die Blut helfen die Blut zu gehen. Die Blut verhindern. Die Blut verhindern. Die Blut verhindern. Die Blut haben keine Blut. Die Blut haben mir gesagt. Ich bleibe hier. Ich mache das hier. Ich antworte Red Girls Fragen. Genau. Und wenn diese Blut zurückkommt, ich warte, dass sie ihren Blut wieder versuchen werden. Dein Freundin ist noch nicht klar von meinen Verständn. Aber wir müssen immer noch die Blut holen. Gut, dass wir es schon gemacht haben. Wir sind zurück. Haben wir genug? Ja. Ja. Razor sagte mir gerade über die Blut und Co... Danke. Wir haben überall gesehen und nicht mehr gesehen. Ja. Das sind Blut für dich. Das sind diejenigen, die wir gewohnt haben. Was machst du? Was machst du? Revenge. Das ist er. Das ist derjenige von Blut. Huh? Ich bin ein Blut. Ich weiß nicht. Ich bin ein Blut. Schrauben. Ich bin ein Blut. Ich bin ein Blut. Ich bin ein Blut. Was ist diese Verkaufnahme, mit dem ich wunderschön? Das ist kein Boreas-Borreis. Nicht nur aus meiner Kindheit, sondern auch, dass du nicht zu erinnern, dass du deine eigenen Transgretungen bekommst. Ich werde nicht mehr. Warum? Bitte, komm. Du hast diese Outsiderschrecken, Razer. Du kannst nicht meine Führung verletzen. Du musst den Namen nicht verletzen. Ah, der andere macht das. Ich kann es auch mal einschalten. Das ist gut. Das ist gut. Hohoho. Komm, gib mir das Foto. Oh, 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 oh. Just like he said. An outside wolfpack. But Razor, you must not give... You fight not with claws. You are... I am not like them. I don't belong. You are... And you. You are Razor's l... If you ever wish. I have nothing further to say. May we meet again, Razor, and... Hey, Razor, what's that look for? Why don't you... Yeah, you have a friend in Mon... You know, that red, Bernie friend of yours? You're not safe in the wild anymore. But I know that you... I'm fine. Don't worry. But I'm not... But also, not a wolf. Thank you, traveler. Paimon, and... Other... Red... Girl? Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Goodbye. Someone needs assistance. Eh... That's not... I don't know..... I say no. Leave it all to me. Huh?! Nein, ich habe nicht das gebreitert gekriegt. Ich kann nicht die Prüfung abbrechen. Ich kann nicht die Prüfung abbrechen. Ich habe nicht die Prüfung abbrechen. Ich habe nicht den Prüfung ablestur. Eine Frau ist sicher. ok 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 ähm ich will das nächste Ziel verfolgen Büchle im Wald suchen aber das ist die nächste Folge